so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute gibt es die funke eisbrecher eine batterie die schon seit letztem jahr gibt jetzt habe ich die endlich auch wollte die eigentlich schon letztes jahr aber das komische ist erstmal dass die gar nicht 1.3 g ist obwohl es sich hier um eine salut batterie handelt sehr sehr komisch allerdings auf das gute baby hier 460 gramm netto explosiv masse was schon relativ verwundernswert ist da das ja eine reine salut batterie ist mit zusätzlich natürlich noch blinkern beim ausschuss aber ich freue mich jetzt extrem krass weil die soll auch richtig geil sein ich denke mal machen eine am tag und eine in der nacht und ich würde einfach mal sagen let's go auf geht's zum eisbrecher ich war mir noch nicht ganz sicher aber doch gibt es jetzt in dieser wunderschönen location die eisbrecher bist du ready man aber jetzt der beste ich nehme jetzt auch genau jetzt die funke eisbrecher hier wunderschön das war gerade schon fast zu spät aber let's go das mikrofon ist raus alter alter die fand sie gut aber hätte mir ein bisschen lauter auf aber wir kriegen jetzt mal wie es wird wenn man die in der ganzen dunkelheit zünden eisbrecher nummer zwei also an der location hat die noch mal ein bisschen mehr gedrückt das ist ein sehr schickes ding bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal arnos Vielen Dank.